Bananas in Pyjamas. Ich sollte mir eventuell mal mein Chat wieder aufmachen. Ich fällt mir grad ein. Den Sound abgespielt hab. Nein, dein Stream ist aufgekackt. Jetzt hab ich ihn wieder. Mach mir nicht so ne Angst, Frollein. Das ist dein Internet nicht meins. Mein Internet ist super. Nee. Doch. Noch? Noch ist es super. Fertig gut, dass das kein Kack baut. Aber das schläft eigentlich. Frisches, lad mal runter. Dann, dein Kack, da war das ab. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, dann drückst du noch schnell F9 und dann... Nee, nicht F9, NumPad 9. NumPad 9, aber NumPads ist ausgeschaltet. Pssst. Du hast letztens gesagt, es ging auch, dass es als es ausgeschaltet war. Bitte? Ja, aber nicht Stream ausschalten, sondern Szenenwechsel ging. Obwohl er ausgeschaltet war. Aber heute geht's nicht. Ich hab vorhin auf die Szenenwechseltaste gedrückt. Wird jetzt alles in Ordnung. Schade. Soll ich ausmachen? Willst du allein spielen? Nee. Siehste. Nächster Halt. Media Center. Ich komme. Ich hab ja gar keinen... Deswegen sind sie nicht so schlecht. Ich hab gar keinen Scheinwischer angehabt. Habe ich auch nicht an. Selang er ist nicht in vier Karten und und ist selber fit. Äh, nee. Selbst wenn er ein Spiel runterlädt, ist das nicht fit. Also egal, was Frisches runterladen würde, der stream würde abkacken. Das kannst du so nicht sehen, Hybrid, ne? Das kommt überhaupt aufs Internet an. B auf wie viel... Also darauf, wie viel grad ankommt. Äh, und wie halt das Netz ausgelastet ist. Das kannst du so nicht sagen. Wir haben nur ne 100.000er Light. Hier muss ich raus. Ja, und Stream zieht schon ein bisschen was. Äh, da ich auf... Für mich den höchsten Einstellungen spiele. Und auf Stream fast komplett höchste. Ja. Ich glaub... Ich glaub, bei mir könnte ich sogar mit den Einstellungen noch höher gehen. Aber... Nee. Wozu? 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 Also bei mir, wenn ich noch höher gehen würde, bräuchte ich einen etwas besseren PC. Und halt ne bessere Internetleitung. Obwohl die 100.000er schon gut ist, aber... Ja. Wie gesagt, wenn Frisches der Zeit was runterlädt oder ich nebenbei was runterlade, dann ist halt RIP, ne? Ja. Wenn's was Kleines ist, ja, aber dann... habe ich erstmal Probleme. Nächster Halt. Mediacenter Anfang. Wenn du bist, singt mir drauf und bist du lustig anzusehen. Tschüss. Wenn du bist in Pyjamas. Tja. 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 Spice Cat. Äh, Space Cat, nicht Spice. Spacke Cat. Anananas. Anananas. Salami. Jetzt hört sich mega an. Wo bekomme ich denn her? Habt den von einer bestimmten Seite. Ich kann dir nachher den Link mal schicken. Da bestell ich sozusagen meine Energies immer. Einfach um frisches geltlich zu entlasten, damit er mir meine Sucht nicht finanzieren muss. Deswegen mach ich das. Deswegen sorge ich dafür, dass ich Energy im Hause habe. Für mich sehr jeder. Es ist es auch. Es ist richtig lecker. Und den vertrag ich sogar recht gut. Für gewöhnlich kriege ich ja von Energy immer so ein Blubbermagen. Gut, bei Rockstar geht's. Da kommt es drauf an, was ich vorher gegessen habe. Aber bei dem, das ist richtig, richtig gut. Gar keine Probleme. Also ich finde es nicht süß. Also ich finde es nicht süß. Also jetzt nicht so mega süß. Deswegen. Also Tod bringen kriege ich also gar nicht. Aber es ist halt Geschmackssache. Ich würde dir ja gerne sagen, ich würde dir ja gerne sagen, probier mal aber. Es geht ein bisschen schlecht. Aber ich kann dir trotzdem sagen, wo es das gibt. Wenn er es nicht magst, kannst du es mir schicken. Wenn es offen ist. Das ist natürlich... Nein, wenn er sich mehr als einer stellen sollte. Die offene ist natürlich schlecht. Mach den Mund auf, lass laufen. Ich glaube, dann schlecker ich... Ich glaube, das ist meine letzte Runde für heute. Ich gehe gleich. Ich bin älter als Droh. Warum sind da jetzt zwei Clips? Wer hat da schon wieder was geclippt? Gott zum Glück sieht das bei mir nicht. Wer hat da schon wieder was geclippt? Danke. Äh... Warum bin ich schon wieder zwei Minuten zu spät? Was ist hier los? Es ergibt einfach keinen Sinn. Nicht? Nein. Es ergibt einfach keinen Sinn. Was stinkt denn hier so? Hä? Weiß ich doch nicht. Dein Schuh? Was freust du dich denn jetzt so? Hä? Was ist denn hier? Und? Was hast du heute so gehochen? Och. Ein bisschen Käse. Feuchten. Käse. Alter, der ist doch selbst schmutzgefährdet, der Kerl. Ja, ich auch. Wie sitze ich? Tada! Tada! Oh, das erinnert mich immer an Smythe, ne? Oh, dieser Baron da. Tada! Oh, die ganze Zeit. Und weil du mit dem und deinen Grupp machst, du tada! Tada! Jetzt halt. Ist halt wirklich so, ne? Tada! Ich schicke dir davon nachher ein Video. Du glaubst mir nicht. Ich merke das. Dori glaubt ihr das tatsächlich. Gut, ich bin nächstes einer, der mir was glaubt. Ich möchte ein Glücksbechie sein. Das wäre wunderbar. Ein Glücksbechie sein. Das ist das Sonnenklar. Ein Glücksbechie sein. Alles tun, was ein Glücksbechie tut. Ein Glücksbechie möchte ich sein so wie du. Warum fährst du nicht weiter? Äh, weil ich gerade was schreibe. Schreiben ist eigentlich erwünscht. Fahr weiter! Fahr weiter! Fahr weiter! Leute. Ein Zauberer. ich bin zauberer kann leuten die den leuten auf den sack gehen mit der hupe ich bin noch auf dem lande wieso bin 1,2 kilometer von dir entfernt die wiederholung ich frage nur von freund ich komme aber jetzt der schwein reich danke ne komm mach ich mir spaß du so spät schon ich muss zum arzt die erste haben jetzt zu was hältst du davon wenn wir morgen zum strand fahren ein wunderschönen guten abend danni und ja seit zehn stunden und zehn minuten also ich glaube ryan ist noch nicht so lange live wann hast du angefangen ich habe um 13 uhr angefangen kurz naja 12 uhr 40 ungefähr du hast zu mir 13 uhr wieso 13 uhr war ich ja auch live nein ich fange immer 20 minuten vorher an wegen dem countdown nein doch wegen countdown fange ich immer 20 minuten vorher an nein doch also ich habe ja nicht gelogen ich war ja 13 uhr an 13 uhr war ich da ja 13 uhr war ich ja da die 20 minuten countdown sehen ja nicht da war ich ja noch nicht vor der kamera ja also stream ich noch keine zehn stunden jetzt habe ich dich okay neun stunden 50 ja schon besser so ob in zehn minuten zehn stunden sind ja da bist du nicht auf ja 12 Stunden 50, wenn ich zurückrechne, rein theoretisch. Ach nein, das ist nicht unererst. Wenn du es von der Uhrzeit abhängst, 12.50 Uhr war ich live, ist ne 5, hab 5 Runden jetzt bei einer Hauptsache, also ich mei ja noch mal, es tut weeeeee, ja ist doch so, außer ich hab nicht oft recht, aber in dem Punkt hab ich recht. Du rundest aber nicht bei einer 50 auf, sondern bei einer 55. Es reicht jetzt hier. Echt? Ja. Du wirkst eher wie ein langweiliger NPC. Ah, schön. War ich dich irre? Aber, danke. Ich wollt grad was gemeines sagen, hab ich gesagt. Ohohoho. Wir haben unsere Küche umgeräumt. Ah je. Das blieb ich irgendwann auch noch. Aber mir geht's gut. Etwas Halsweh mittlerweile, kommt aber auf dem Lachen, weil ich vorhin Zwiebeln gegessen ab. Entschuldigung, ich lasse ihn auf. Aber mir geht's soweit gut. Und dir, Ryan? Ich hab halt nen Schnabel. Nein, in der 50 ist da 5 drin, ja. Nein! Einfach nein! Nein! Geh weg! Verschwinde! Außerdem allein uhrentechnisch, ne, so 10 Minuten vor einer vollen Stunde abzurunden, macht keinen Sinn. Wäre es erst viertel nach oder so. Ja, ist okay, ich geh gleich, ich lass euch beide gleich spielen. Ist okay, seid ihr das Dream Team der Welt. Ist okay, ich bin überflüssig wie immer. Ich hab's verstanden. Ich hab dich lieb. Nee hast du nicht, du hast den Wolf da lieb. Mich nicht mehr. Aber außer zwei, da hat er mal recht. Nein. Nee, hat er nicht, der hat nie recht. Der kann nicht mehr Deutsch. Ich auch nicht. Aber Masuna hatte zum Beispiel vorhin auch einmal recht. Nee, einfach nee. Einfach nein. Ich hab dich lieb. Nein. Oh, jetzt hab ich zu viel Geld rausgegeben wegen euch. Oh Leute, jetzt habt ihr euch doch nicht so. Alter, habt ihr noch nie einen Menschen mitbekommen, der sich aus Spaß aufregt? Ich geh echt gleich. Joa, was ist hier los? Nein, bleib. Boah, wir haben einen Stock im Arsch, oder was? Ja, das wird richtig gut. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Och, Alter, was willst du denn? Ich bin jetzt ruhig. Ich bin jetzt ruhig. Ich rede jetzt nicht mehr. Ich stelle mich jetzt stumm. Tschüss. Was? Nein. Nein, verlass mich nicht. Lass mich nicht mit dem Verrückten alleine. Nein, nament. Ronnie. 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 Can ich dir nicht einstumm? Nein, schade geht nicht. Lull. Ich könnte... Was? Ronnie. Ronnie. ja bitte ja da ist er wieder ja nee du hast gerufen ja bitte ich stelle mich gleich wieder stumm ich rede gleich mit meinem chat alleine nein ich hätte hoch bei dir wird sich ja nur beschwert ich hab mich nicht mal aufgeregt wenn ich mich aufregen würde dann würde ich einfach gehen wo ich sagen mach den scheiß alleine und tschüss da rennt jemand über die strafe darf ich denn lieber nicht nee na gut weil du es bist jetzt los ich wäre beinahe falsch abgebogen ja ist mir auch passiert ja ich war gerade so voller stolze oh ja da kann ich ja ohne doch nicht aber ich mache gleich was anderes war doch da nicht in die ich fahr doch da nicht in die ins rein will ich denn das meinte ich habe mich auch lange fahren ist ja voll unnötig eigentlich ja als ich rumgefahren bin war da noch kein also es war so nice aber ja wenn der blödmann einfach fährt was kann ich denn dafür ist doch sein problem hat der jetzt ein schramm im auto ja gut ne vielleicht solltest du da auch nicht einfach so wenden klar wenn ich da einmal rumfahre wer bin ich denn na gut warte mal was soll das jetzt heißen ich bin da rumgefahren ja aber du bist auch ein panda oh da ist was dran ja aber was soll das jetzt heißen dass pandas sich an die regeln halten katzen nicht ich darf mich ja nicht mehr aufregen ich rege ich bin ganz entspannt ja ach nee das bist du ja gar nicht ich bin froh wenn ich gerade so richtig holen andere buchseite das ist ja gar nicht rein ich hoffe das ist jetzt entspannter für euch dass ich so rede rege mich auch nicht mehr auf ich bin total entspannt ich höre mir gleich ein bisschen yogamusik an ich wollte gerade sagen tiefen entspannt wir machen gleich zusammen im stream yoga oh gott ich glaube dann breche ich mir erst mal 30 knochen knochen und dann gibt es gleich noch ein bisschen just dance bei mir uuuh da guck ich zu danke eine fahrkarte bitte machst du auch diesen einen besonderen tanz den mir mal gezeigt hat ja klar der ist der beste ok der katzendance ja ja der war der beste hallo ich bin bis heute verstört also ich hab den doch so vergetan das war auch nicht wegen dir verstörend wegen rein wieso wegen was denn dann wegen der katze da ich glaube rein ist kaputt rein ist nicht kaputt wir sind einfach nur beide gestört aber cool ich bin Spongebob der abgerundet wurde normal ich bin nicht mehr erkannt ich bin jetzt normal du bist nicht mehr erkannt wir sind nicht mehr erkannt ich bin normal ich bin nicht mehr erkannt ich bin jetzt normal oh nein bitte nicht was warst du noch was warst du noch ein was trinken ich darf wieder trinken nicht der normale Spongebob ich bin normal wie ging nochmal dieser Gary Song mit der Schnecke wenn ich weiß es dann sitz ich ganz alleine hier oh Gott das war so nein das also ja Wasser ist mit drin das war gemeint doch unachtsam das darf nicht sein Wasser mit Gersten, Mais und Topfen alles ist so leer in mir Wasser mit Gersten, Mais und Topfen sei die Jungen war für mich die schönste Melodie komm heim denn ich vermisst dich so Gary Gary komm heim veriedeltes Wasser ja du wolltest ihn hören ja ich weiß ich find ihn schön was ist denn jetzt wenn du ihn singst warum warum es gibt keinen Sinn doch doch ich hab Stefan auch schon ewig nicht mehr gesehen er ist schon wieder krank er ist schon wieder krank klar ich hab nur ich hab nur warte wartest du aber diesmal damit wir vielleicht mal ein anderes Wetter kriegen nein ryan wer ist Stefan ja das hab ich auch grad gefragt ja ingame hat so ne Oma gesagt ich hab Stefan schon ewig nicht mehr gesehen ach so keine Ahnung ich kenn nämlich zwei Leute die Stefan heißen und wollt grad fragen woher weißt du dass ich Stefan schon lange nicht mehr gesehen hab das hätte ja sein können dass ich das irgendwann mal erzählt hab aber ich hatte bei mir in meiner Klasse in der Abendschule einen Stefan aber den da bin ich froh dass ich den nie wieder sehe äh ich hab zwei baldige verwandte die Stefan heißen oh Gott mein Beileid bei dem einen ja bei dem anderen nein sagen die dann auch sagen die dann auch immer so ja also ich bin Stefan ph-neutral ne das haben sie ne das hat der Typ bei mir in der Klasse immer gesagt ph-neutral ich habe selten bei Menschen den Drang auszuholen ne ich glaub bei der Person wäre es so gewesen ich hätt's nicht gemacht aber der Drang wäre da gewesen das wär so die Hand die dann so die ganze Zeit zuckt und das Auge ne mein Professor von den ich selbst und ich ankenne heißt Stefan und zum Glück mit F also sagt er auch immer ich bin ph-neutral also der eine Stefan wird tatsächlich auch mit F und der andere mit ph oder also sagt der eine immer nur ich bin ph-neutral und sagt Gott sei Dank keiner das ist wie wenn ich immer sagen würde ich bin ha-neutral das ist aber so dumm ey eine feucht 4 W-n-Punkte und trotzdem legt ja keiner Twitch liegen Twitch ist manchmal meh hab ich bei Ryan teilweise manchmal auch hab ich bei dir die letzten Tage generell aber auch nicht nur bei dir auch bei ja und so die letzten Tage aber auch ja und ich hab äh ich hab wie gesagt 250k also kann ich bitte eine Fahrt ja also ich hab's auch ich hab zu meinen Weh dann beziehungsweise mein Internet komplett alleine ja wie gesagt gleiche Probleme mhm es liegt halt an Twitch mhm Twitch ist eigentlich gut ja zur Zeit ist der Wurm drin ne ich glaube es liegt ähm tatsächlich an dem Summer Games äh ach so ja eher gut das kann sein weil da gucken ja teilweise auf manchen Kanälen äh wirklich 70.000 Leute plus zu wenn nicht sogar noch mehr ich mein klar für Twitch sollte das eigentlich machbar sein aber ja ja sie jetzt gucken halt wirklich teilweise zu den Abendzeiten vor allem sehr viele Leute normalerweise ist ja über den Tag so verteilt aber ja durch die ganzen Pressekonferenzen ja verstehe ich das alles auf den Abend ja solange mein Stream flüssig läuft ist alles gut wie gesagt bei dir geht's jetzt ja gerade auch war ja jetzt nur einmal wo ich neu laden musste wo bei dir habe ich das ständig aber jetzt seit ich streame tatsächlich habe ich glaube ich gar nicht ich weiß also neu geladen habe ich nicht aber ja es ist 0,3 Kilometer von mir entfernt du bist als ich meine Hose zerrissen habe nein ich dachte ich hätte alle auf meiner Seite doch dann suchten die Leute ganz schnell das Weite sogar meine Liebste wendet sich von mir ab nur weil ich meine Hose zerrissen hab als der große Larry kam mit seiner Muskel gebracht da hat Spongebob sich zum Dab gemacht sogar Sandy Hayden füllen sich jo part weil er seine Hose zerrissen hat sorry Uwe sorry bis dann ahem ich hab das halt gefühlt okay Mann ich brauche einige Fahrkarten bitte jetzt redet sie nicht mehr mit mir ich wollte noch gar nicht schlafen doch ich red noch mit dir ich kann eigentlich mein Chat weg machen da sehe ich nicht los da kann ich dein Gesicht besser sehen wenn ich komische Sachen sage ist das nicht toll? ähhhh wirst du? nein wie hi me why me stuff jetzt schreibst du gar nicht in meinem Chat ja aber ich kann trotzdem meinen OBS noch weiter rüber ziehen dass ich das trotzdem sehe hehehe ja hehehe keine Fahrkarte bitte und sie singt so beruhigend das tut sie das tut sie das tut sie nein ja nein ich mags wenn du singst Harry ich weiß es verfolgt von mir nun sitz ich ganz alleine hier und die Taschentücher und die Feuerzeuge raus hehehe nee doch das gar nicht auch ui ua a a ting chang ui ua a ting chang ui ua a ting chang wala wala bing bing bang ui ua r Holt das Feuerzeug aus der Hose und winkt langsam zur Musik. Vor allem zu dem UIUAA. Langsam. Schön. Gute kleine Katzen da unten am Wirtstein. Bist schon krank. Ja, hier sind sie so toll. Ich liebe meine Kätzchen. Ja, du brauchst immer noch einen Panda. Kann ich bitte einen Panda haben? Ich möchte einen Panda haben. Oh. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Gewerbegebiet. Warte. Ich kann doch eh keine Strecken einrichten. Nein, du sollst warten, bevor du losfährst. Ja, ich komme ja eh gleich wieder. Ich brauche mehrere Fahrkarten bitte. Hybrid. Schreiben lernen, okay? Schreiben lernen. Ich bin mal wieder da. Der Einhörner. Ich glaube, bei Einhörnern ist Ryan weg. Aber Einhörner gibt es glaube ich nicht. Ich habe zumindest keiner gefunden bisher. Aber Einhörner passen auch nicht zum Kanal. Das war so ein schöner Tag im Klimawandel. Nächster Halt. Selbermann Forschungszentrum. Endstation. Bitte alle aufschreiben. Hey, minus 1.000. Das geht doch. Das geht doch. Das geht doch. Und Ryan fährt auch mal weiter. Ja, das geht doch. Ich bin ein Kaffee. Ich bin ein Kaffee. Warum ist er ein Kaffee? Ich bin ein Kaffee. Nein! Nein! Danke schön. Danke schön. Ich gar nicht. Ich muss gar nicht raus morgen. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich bin ein Kaffee. Ich bin ein Kaffee. Ich bin ein Kaffee. Ich bin ein Kaffee. Ich schwinge das, was mein Tag ist los. 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 Und ich schieße den Tag ab. Das dauert. Ich muss um 5 Uhr auf. Ich bin gleich zu schlafen. Ok. Aber 5 Uhr ist schon heftig. Ich bin auf jeden Fall für morgen einen erfolgreichen Arbeitstag. So, ich hoffe, das deckt jetzt aber 85% ab hier, die Strecke. Wäre nämlich ganz schön. Ich will mir aber kurz was vertrinken. Mach das! Ich will mir das. Ich habe jetzt mal eine Route umgeändert, damit wir endlich dieses 85% irgendwie vollkriegen. Schade, hast du dich nicht erschrocken? Nee. Warte. Warum eigentlich nicht? Ich habe irgendwie mit dir gerechnet, dass du gerade verscheinst. Ach man, no! Äh, Speichereiche habe ich mal verlängert. Also das sind jetzt, ich glaube, 13 Stationen, die einmal über fast der komplette Map gehen. Damit sollten wir die 85 durchkriegen, wenn wir noch einmal fahren. Oh, okay. Hoffe ich, oder? Oder müssen beide so lange Strecken haben? Warte, was steht bei der Aufgabe? Ähm, 85% der freigeschalteten Hältestellen sollen auf Strecken sein, die mit Fahrer-Einkommen generieren. Nö, dann kannst du rein theoretisch auch alles eine Strecke machen. Nö. Müssen halt nur die 85% abgedeckt werden von denen, die wir freigeschuldet haben. Also ist es jetzt auch egal, ob wir, huch, ob wir auch nur Erdgasbus und sowas haben, ne? Also wir können jetzt auch die anderen reinstellen, oder? Äh... Ja, pack einfach mal. Okay. Steht halt nicht, dass es nur Erdgas sein soll. Okay. Einmal ausprobieren. Gließen. Dann stelle ich noch meinen Fahrer ein. Ähm... Ähm... Abweisen. Ich habe auch eine Raubteerfütterung getätigt. Abweisen. Raubteerfütterung. Abweisen. Und ich habe mein Fenster offen jetzt. Also ich sterbe. Hat dich eine Folge von Winter der Leidenschaft verpasst? Den lehne ich auf jeden Fall ab. Der versteckt sich vor schwarzen Katzen. Ja, komm, hier, den mit Winter der Leidenschaft, den nehmen wir. Das ist ja fast so wie bei den Leuten, die sagen, Ja, ich habe ja mein ganzes Leben noch nie eine Folge von GZSZ verpasst. Oh Gott. Äh... Wie lange läuft der ZK? Keine Ahnung, 15 Jahre oder so? 20? Hab keine Ahnung. Danke. Ja. Sehr lange. Oh ja. So. Alle außer einer Strecke sind besetzt. Ob ich mich hier fühle, dass meine Cam nicht mehr funktioniert? Eigentlich. Speichereiche ist jetzt die längste. Okay, soll ich die fahren? Willst du? Ja, dann komm, gib ihm. Äh, dann fahre ich nochmal gebärfreudiges Bäckchen. Ja, ich glaube in der Zeit, wo ich eine fahre, kann so zwei fahren. Wahrscheinlich. Weil Rundfahrt und so. Na gut, ich kann dann wahrscheinlich, wenn ich eine durch habe, kann ich wahrscheinlich die zweite. Also kann ich wahrscheinlich einstellen. Oder zähl das erst, wenn du durch bist. Äh... Weiß ich gar nicht. Es könnte sein, muss aber nicht. Okay, ich probiere es einfach erstmal aus. Oh Gott. Tja, hey, was machen sie so? Tja, ich war mal Bank, aber es hat sich nicht mehr ausgezahlt. Oh, Masuna ist im Spiel. Nein, es regnet uns schon wieder. Oh, es ist kein Feiertag mehr. Ja, das ist schon mal gut. Hoffentlich hört es bald auf zu regnen. Ja, das denke ich mir auch auch. Ich hoffe es wird bald auf zu regnen. Ja, die Ringe sind super. Ja. 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 Meine Fahrgäste hat gefragt, ob ich eine an der Waffel habe. Ich wollte immer noch eine Waffel haben und habe keine bekommen. Ja, ich habe auch keine. Ich will auch eine Waffel haben. Oh. Ich kriege aber auch keine. Ganz ehrlich, theoretisch, wenn ich ganz durch wäre, würde ich mir einfach nach dem Stream Waffeln machen. Waffeln machen. Das war genial. Den ganzen Tag nur Zeit. Und? Bist du ganz durch? Eigentlich schon, ja. Ich habe mir Bock auf Waffeln. Danke, Hybrid. Sehr pünktlich. Danke. Nein, ich habe das nicht überlesen. Du hast sie aber Aydaria angeboten und nicht mir. Du hast nur gesagt, sie soll mit mir teilen. Ich habe das nicht überlesen. Aber es war nicht mein Chat. Du hast eine Fahrkarte, bitte. Stimmt. Haben sie alle passend? Was ist denn hier los? Und wenn haben meine Fahrgä... Lol, etwa zwei Schwarzfahrer hintereinander? Hä? Ich habe gerade vorher das Kompliment bekommen. Na klar. Echt? Ja, bitte. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Das. Ich bin das. Ich bin ein Das. Hilfe. Hilfe. Gute Nacht, Dani. Schön, dass du da warst. Der Rad hat den Randstand gerührt. Ja, schön. Und? Juckt mich das? Juckt mich das? Ja. Er sollte nicht nach arbeiten. Schieb deinen Teller mit den Waffeln zu rein. Die sind nur für dich. Wie ist jetzt das zu waffeln? Aber jetzt möchte ich wirklich waffeln. Bringst du welche vorbei? Ich möchte auch waffeln. Bringst du uns welche vorbei? Heute noch, bitte. Das wird ein bisschen eng. Muss man gucken, wie er das macht. Porten. Einfach porten. Einfach porten. Ja. 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 Ich möchte das sehen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Warum machst du das mit mir? Aber ich dachte, du freust dich, wenn ich deine Lort benutze. Ich bin gerade erschrocken, ey. Mein Herz. Mach das nicht. Ich bin alt. Ich wollte nur gucken, ob es noch schlägt. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Es hat es angehalten. Äh. Ich bin auf 18. Ah. Sehr cool. Ja, ich bin durch Ryan raufgekommen. Hallo. Ryan hat irgendwann gesagt, ja, Bus Simulator 18? Ich bin Ryan, hallo. Wäre eine Idee und ja, so sind wir dann hier gelandet, ne? Dann habe ich sie geschenkt und dann war sie vorbei. Dann war die Freizeit und das Leben vorbei. Dann hat das Ganze hier... Aber ich weiß noch, am Anfang, wo du dann halt wirklich selbst nebenbei einfach dieses Spiel gespielt hast. Einfach, wo du so Bock drauf hattest. Ich habe auch immer noch Bock drauf, aber ich muss mich zurückhalten, dass ich da nicht mein Leben drin verliere. Vor allem, wenn dann den neuen, der ist geiler, aber der läuft halt auch nicht so... Ja gut, der läuft auch kacke, ja, aber ja, du weißt wirklich. Hat er nicht gerade erst ein Update gekriegt? Ich glaube, sie blockieren die Tür. Der 21er. Weiß ich gar nicht. Hat er? Ja, hat er. Hat er gerade ein Update. Keine Ahnung. Steam zeigt mir das ja nicht immer an. Wenn dann mein Steam so... Ja, das Update mache ich ja in zwei Wochen erst. Es ist zwar jetzt schon da, aber in zwei Wochen nach ist es automatisch. Das ist einfach so doof, ne? Ich muss aber erst mal kurz so hin. Ich weiß, dass ich dann zwar Verspätung habe, aber das ist mir Wumpel. Ich habe hier unten leider kein Klo. Okay, tschüss Schlumpfi. Tschüss. Tschüss. So Ryan unterhält jetzt erstmal alles. Bis zum nächsten Mal.